So, dir auch kurzes Hallo. Hallo. Hi. Ich bin auch da. What? Ja. What? Ich stehe im Schatten von Satishu. Hast du mich gerade dick genannt? Nein. Aber deine Zuschauerschaft groß. Achso. Ich muss nur nach der Runde mal kurz weg. Ja, okay. Okay. Ach, der Killer ist direkt bei mir, Mann. Oh, es ist der Doktor. Es ist immerhin nicht dieses komisch andere Gebäude. Fuck. Warum bin ich gegen den Doktor spielen? Nein, wirklich? Krass. Macht der Doktor. Ja, hin und wieder bin ich auch mal hier. Der verpasste Stromschläge und dann schreist du. Und irgendwann bildest du dir den einen. Dann stehen überall so Abbildungen von ihm rum. Ja. Du kannst dich also nicht mal vor ihm, du kannst dich nicht wirklich vor ihm verstecken. Weil selbst wenn er in der Nähe ist, fängt dein Typ an zu schreien. Ja. Also ich bin, ich bin hin und ich bin ganz selten mal hier. Bei Satishu im Stream bin ich ganz selten mal. Richtig. Die hört man eigentlich fast nie. Ja. Deswegen ist das auch immer so ein großes Event, wenn wir mal zusammen spielen. Genau. Apropos großes Event. Und wir machen morgen. Morgen geht die City Skylines Challenge weiter. Ich bin gespannt. Ja. Nachdem ich dich ja jetzt wieder um 10 Einwohner aufgeholt hab. Ich glaube, ich hole mir nachher noch ein bisschen von meinem Gurkensalat. Gurkensalat. Ich hatte Dill. Heringsfilets in Dill. Oh, geil. Mit Sahnesauce? Ja. Weißt du, was das Beste daran war? Da waren sogar drei Stücke Heringsfilet drin. Ich finde die Soße viel besser als die Heringsfilets. Ja, ich habe sie eigentlich wegen den Heringsfilets gekauft und, äh, ja. Ich kaufe das immer wegen der Soße. Weil ich mache immer Pellkartoffeln. Och. Sorry. Ich mache immer Pellkartoffeln. Und dann kaufe ich mir das immer dazu. Dann esse ich das eigentlich lieber wegen der Soße. Wir sollten langsam mal los ein paar Leute retten, übrigens. Einer hängt im Keller und einer hängt da hinten. Ja, der kommt, glaube ich. Ich gehe mal zum Keller. Ja, das bin ich. Da sind wir beide am gleichen. Ich lenke ihn ab. Oh, perfekt. Haha. Perfekt. Ich hole mal jemanden aus dem Keller da. Ja, gleich hat er mich. Dann liegt es schon wieder an mir. Das gibt es doch nicht. Gleich schreie ich wieder. Ja, die Mädchen. Die üblich. Gibt es nicht. Oh, lauf weg. Ja, ich lauf. Oh, lol, wie es leckt. Leute, wieso leckt denn das so? Nein. Ich komme zu dir. Warum leckt es? Warum leckt es? Irgendwer hängt da noch, aber ich kann gerade nicht. Ja, das ist Quintex. Ich bin jetzt gerade da. Wieso hat das denn gerade so gelegt? Danke. Schuh. Ganz kurz hier drinnen den Dings, der der genannte Generator. Ja. Er hat mich gleich. Fuck. Hat er mir zum Frühstück einen Nackensteak mitgebracht? Alter! Wie oft ist sie denn Nackensteaks eigentlich? Das weiß ich nicht. Ich bin der Scheiß Doktor, ey. Das tut mir leid. Ich bin so ein bisschen aufsichtlich. Trotz der mich an, ey. Der Stream auch leckt. Ja, das könnte sein. Nein, ähm. Der Stream ist ja dann im Moment mein Problem. Aber wenn es bei Anker im Spiel laggt, dann könnte es sehr gut sein, dass da... Das ist übrigens der Doktor. Mein Stream laggt nicht zum Glück. Zumindest nicht technisch. Verdammt, er wäre glaube ich rausgelaufen. Immer noch null ausgelassene Frames. Kann es sein, dass wir ganz schön krass verkacken hier gerade? Ja. Hallo, ich häng hier. Ja, ich dachte mir, ich häng nicht mehr dazu und so. Achso. Da, ich bilde mich schon wieder ein. Achso. Ich hasse alles. Sie isst so lange Nackensteaks, bis sie alle sind. Dann steckt sie auf Krakauer um. Macht Sinn, auf jeden Fall. Laufst du zu Krienteaks, oder? Och, Mann. Ich kann nicht, er hat nicht. Alles klar. Och, Mann. Ich hasse den Doktor. Die Sache ist halt, wenn du dich irgendwo versteckst, stellt er sich hinter, macht die Stromschlöße und er weiß, wo du bist. Darauf erst mal ein Oreo-Keks. Gleich schon mal ein Aspekt geworfen, wenn es wieder laufen kann, alles klar. Sarti, bleib mal stehen. Ach, da vorne wieder rum, ja. Ich kann dich nicht heilen. So. Kannst du mich heilen? Ja. Ich kann dich nicht heilen. Ja, wie wär's, wenn du... Alter. Das erste, was er macht, ist erst mal sich selbst befugeln, statt den Iron. Ja klar, jetzt krieg ich... Jetzt krieg ich ein Minus-Rank und jetzt ist der Fehler nicht da. Alles klar. Danke für gar nichts. Er ist da, er ist da, er ist da. Dreckig. Der ist dreckig. Er kommt in deiner Richtung. Nichts gutet, siehst du. Er hat mich gesehen. Na gut, dann... ...attempte ich mal den Escape. Geht uns ja nichts. Ich weiß nicht, was ich kackt bin. Ansonsten, die hebt mich runter, den kriegst du mir nicht noch mal kaputt. Ja, der hat zu früh geschlagen. Okay. Ja... Ja, jetzt... ...wär die Hedge ganz gut. Mit der großen Elektrokeule. Warum riegelst du nicht? Weil er schon mal gestruggelt hat und ich glaube, der Adler verträgt uns etwa. Wieso kommst du direkt zu mir? Warum kommt der Scheißfehler immer dann, wenn ich Plus-Ranks bekomme? Gute Frage. Ja, das ist richtig belastend einfach nur. Ich will die Scheißrenke spielen. Die Lache von dem Typ ist ja irre. Er mag dich. Der ist ja knallhart. Ich habe Minus-Ein bekommen. Ich auch. Da war kein Fehler da. Vorhin habe ich Plus-2 bekommen. Da war der Fehler da. Du darfst einfach nicht zu gut sein dann. Dann kommt der Fehler nicht wieder. Ja, ich muss einfach immer auf Rang 20 spielen. Ja. Alles klar. Nicht, weil ich kacke bin, sondern weil der Fehler dann immer kommt.